Das ist ein Müllauto und ich bin hier der Müllmann. Ich mache hier die Tonnen leer. Seht mal. Machen Sie lieber den Müll weg? Wo geht denn der hin? Sehr gut. Lass aufhören. Weitermachen. Mal weitermachen. Nicht zurückkommen. Nein. Nein. Professionalität vortäuscht. Nicht zurückkommen. Nicht zurückkommen. Die sind noch nicht leer. Das haben Sie vergessen, der Müllmann. Ich meine, es ist der erste Tag, aber selbst wir wissen das. Nein. Soll ich machen, was die Dinger sagen, oder? Marco fest, was sagt er?